Der Markus ist in den Sommerferien auf Sylt. Als er an den Strand geht, bemerkt er den starken Wind und die vielen Windsurfer. Also fragt sich der Markus, wie der Wind zustande kommt, den die Windsurfer benötigen. Wir haben es ihm erklärt. Wenn die Sonne morgens aufgeht, trifft ihre kurzwellige Strahlung auf Land und Meer. Nun wird die Luft über dem Land schneller erwärmt als die über der Wasseroberfläche. Der Grund dafür ist, dass Wasser eine deutlich höhere spezifische Wärmekapazität als der Boden hat. Das heißt, für Erwärmung von einem Gramm Wasser um ein Grad Celsius mehr Energie benötigt wird, als für die Erwärmung eines Gramms Boden. Zudem wird beim Land nur ein kleiner Teil unter der Oberfläche erwärmt, beim Meer jedoch auch Wasser bis zu 100 Meter tief unter der Wasseroberfläche. Also erhitzt sich das Land nochmals schneller. Warme Luft kann nun vom Boden aufsteigen. Es bildet sich ein Bodentief über dem Land, während sich über dem Meerwasser ein Boden hochbilden kann. Aufgrund der Erwärmung liegen die isobaren Flächen über dem Land höher als über dem Meer. Dabei ist die Hebung der obersten Schicht am größten. In der Höhe entsteht nun ein Druckgefälle vom Land zur Wasserfläche. Die Luftmassen kühlen sich über dem Meer ab und sinken zum Hoch ab. Die Ausgleichsströmung, die entsteht, nennt man Seewind. Nun weiß der Markus Bescheid. Er hat jetzt auch Lust auf Windsurfen bekommen. Doch nun bemerkt er, dass der Wind in Richtung Meer weht und es verwirrt. Also hat er uns noch einmal nach einer Erklärung gefragt. Die Winddrehung kommt dadurch zustande, dass es inzwischen Nacht ist. Die Wärmeenergie, die Meer und Land über den Tag gespeichert hat, geben sie nun ab. Allerdings kann das Wasser die Wärme länger speichern und es entsteht ein Tief über dem Wasser. Über dem Land bildet sich nun ein Hoch und der schon genannte Prozess wiederholt sich in entgegengesetzter Richtung. Das soll heißen, es entsteht Wind in Richtung Meer, sogenannter Landwind. Nun hat der Markus das Land-Seewind-System verstanden. Gern geschehen, Markus. Nun hat Markus doch eine neue Frage, aber das besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt.